Muss man auch nicht verstehen, was... Manchmal recht merkwürdige Leute... ...würde ich sagen. Okay, na dann komm ich jetzt mal nach oben. Okay, ich dachte halt bloß, dass wir... Äh, du da oben, diese Zeitersparen hast du da oben, ich glaube. Es hat jetzt bloß nur... ...böde, dass ich nicht mehr so auf den Zitter... Gut, er hat sich nicht selten. Äh, das ist nicht alles um Geld erkaufen. Oh, aber okay. Letztlich halt war nicht so. So... ... 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 Nein, nicht. Aber macht, ja. So, dann gehe ich schon mal nach unten. Ah, ich will nicht. Ah, ich will nicht. Das ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. Dieses Buch. Das ist so gut. Also, ähm, ja, ist jetzt natürlich, ich bin dann, ich bin nicht so geübt drin in Schreiben, Reden und Spielen gleichzeitig. Und ich glaube, da muss ich noch ein bisschen, dass ich das andere spiele, die das sehr gut können, denke ich, das zu mir, aber, so. Ich denke mal, dass ihr da ein Nachsehen habt. Äh, ich hab euch ja schon sehr oft gesagt, ich bin kein Profispieler, ich mach das alles Hobby-mäßig und, ja. Und ich finde es schön, dass man jetzt so, mit einem, der das letzte Pläne eigentlich guckt, Community, also aus der Community, im Prinzip, das macht, das gefällt mir und, ja. Macht einfach Spaß. Mal gucken, wie lange die Aufnahme noch hier läuft. Und ich meine, selbst wenn es heute nicht gerendert wird, äh, kann ich ja trotzdem, äh, hallo? Was ist denn hier los? Äh. So, ich hänge, gerade, irgendwie, fest. Ich kann, ich, irgendwie, muss, in einem, bestimmten Rad, in der Superheilung kommen. Ah. X. Und. Ist das? Ja, ich weiß es. Ja, ich weiß es. Okay. 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 So, ich, teleportier mich mal kurz weg, guck mal. So, dann, teleportier ich mich erstmal und dann, äh, werde ich ja gucken. Ihr habt ja jetzt gesehen, dass das irgendwie, ähm, total komisch war. So, ich bin jetzt hier erstmal im Hauptquartier. Ja, und jetzt scheint es doch ganz gut zu funktionieren gerade. Also jetzt hängt keine Grafik mehr. Wo bist du denn gerade? Also wo ist er denn? Okay. Okay. Ich komme zum Beispiel. Ah. Hör auf deinen Meister, dann wirst du es überleben. So, na gut, okay, also nochmal den Auftrag. Ja, also eigentlich, ich hatte mir so eine kleine Liste, das ist richtig, worüber... Oh, ich hänge schon wieder hier in der Grafik fest, das gibt's doch nicht. Ich hänge schon wieder in der Grafikpunkt. So, na, tut mir jetzt leid, also ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich logge mich mal kurz aus. So, mal gucken, vielleicht ist da ja wirklich irgendwas, dass da irgendwas nicht richtig lädt oder so. So, Channel 4. So. Nee, komm mal, immer noch Punkt. Immer noch Punkt. Ja, wahrscheinlich muss ich das Spiel neu starten. Hm? Jetzt funktioniert es. Jetzt funktioniert es. Hm, komisch. Komisch, na ja, egal. Komisch, na ja. Egal. Auf geht. Hat er ja auch schon mal, okay. Okay. Ich weiß, das war recht komisch, aber, äh, ich weiß, ich hab ja, äh, heute Morgen noch gespielt, mit dem ich noch so ein bisschen was vorhab, äh, später dann, äh, wird aber doch nicht verraten. Also, mit dem hab ich ja noch ein bisschen was vor, äh, und so, wenn ich den so nebenbei, der hilft, äh, ja, dann, werde ich da euch, da war das halt auch so. So, äh, ich hab ja noch gut. Ich hab ja noch gut, ich hab ja 60. So, ich hab ihn schon wieder gefahren. Meinerseits, das ist doch mein Gang, der sich jetzt hier nicht abkommt. Ja, das ist jetzt hier ein. Oh, ich hab ihn schon wieder gefahren. Da hängt jetzt irgendwie andauernd ab. Selbst hier im normalen Spiel und manchmal ist es, wenn die Internetleitung stark gelegt wird. Aber das ist, das ist... Aber das ist ja gerade nicht alles. Ich glaub... Dann mach ich immer weiter auf das Schiff. Zwar ein bisschen schwer, ja. Aber trotzdem. Ich will ja auch ein bisschen schwer. Ich boah... Alles, was hier nicht macht. Find ich da ein bisschen... Find ich da ein bisschen... Find ich ein bisschen... Ich mach mal ein bisschen müde. Ich Locke die 3-2-2-3-3-2-3-4-3-5-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-7-7-6-6-6-9-6-6-7-7-3-6-6-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-8-7-8-7-7-7. Chuch, ich hab das in den Ojo! Chuch! Oh, das ist ein Karrasitz! Ja, voll aus! Chuch! 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 In der Ojo! Chuch! Gute! Ah, das ist ein Karrasitz! Ja, voll aus! Oh, na, so bitte. Hä, das ist total. Das Portal sieht auch irgendwie wie... Das sieht alles... Hä? Das sieht alles so komisch aus. Ich weiß nicht, was hier los ist. Nicht das Portal, sondern wieder Auferstehung. Komisch, komisch, komisch. Wer weiß es nicht. Aber zu zweit macht es eigentlich richtig, richtig Spaß. Na klar, das ist ja auch nicht eine große Sache.